Moin zusammen Maus und hier ist wieder Acute Fork zu P, ein wenig gekältet, aber ich hab mir Zeit genommen, ein wenig aufzunehmen wir haben 0 Uhr und mir geht's einfach nur beschissen aber egal Hauptsache Hauptsache ich hab ein wenig Bock zum aufnehmen so weiss ich zack, da ne Jump and Run einlagen boom ähm ja ich weiß einfach nicht, bekomm ich oh ne ne ah doch ich dachte schon da würden mo- hmmm noch gut und n kann man auch flüchten, ja Hauptkampo Kofti ich lebele mal eben mal später oder so und ja auch ob die Sound das das der Sound ein wenig leise gestellt, weil boah das könnte man auch mal so in meinen Kopf hinein, das gar nicht zum aushalten ist, ja und der hochladen werde ich vielleicht noch heute und sonst morgen noch schnell und blablabla blablabla ja blablabla und ja wie es sicherlich meine Stimme erhöht bin ich einfach boah bin ich einfach nur ekeltert mhm aber egal soo soo Monster Rückzug was kann nicht ich komme hier wohl sie unbedingt auf die ht-tour hat sie wenigstens gut hier flamme Bumio der du es vier Punkte Tom und um Scheiße also versuchten der mitte doch nicht mehr nächstes Econ keine Motivationen und Karmotor doch sehr für die Trüe Fuchs jetzt kann es zu wählen wo kommen wir das Kranjubel hinein Fieken Prozent so geht's um na wo noch wo mehr ein genauer Schumpier Focker Gott bin ich doof so so und kann man 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 auch das ist die Falle ist bla 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 ein echteres Funkel der war bla bla die 10 ähm Kronenziowel benutzen den kleinen Edelstein in die leere Augenhälfte bla du hörst wie etwas steinernes verschoben wird toll was auch immer das war es war definitiv kann man es doch Rundgott 2 Münzen halten Nürnberg ich bringe wo ich sowohl sein könnte und falsch n toll kann sie natürlich nicht weiter Romo es ja auch zum wäre auch zu logisch gewesen vielleicht nämlich nur zehn neun acht Minuten auf oder so was auch nicht wie viel auch nicht Dialog n n okay Statue noch mehr Statue und noch mehr Statue für was die Statue da und was ist los kregen n dort die zwei Prozent zu haben gesorgt oa zwei haben gesagt es gäbe eine versteckten Fahrt der noch tiefer in das Heiligtum führen würde okay ich bin schon viele Male hier gewesen und ich fand immer dass es irgendwie eignadiger aussieht gott aus irgendeinem Grund habe ich mir das Heiligtum von Sol immer anders vorgestellt was meinst du das Heiligtum von Sol wurde zu ehren der Sonne errichtet es sollte irgendein Moment was zu finden sein was das repräsentiert ich hab mich immer gefragt warum denn warum dem nicht so ist wenn es einen versteckten Fahrt gibt führt er vielleicht zu nun dann lass uns mal schön auf ihn finden ich glaube er meint das ernst sollen wir ihnen helfen Fox ne weißt du ich bin voll der Peti mit Däh scheiß dich auf ja aber es ist zu gefährlich wenn wir uns aufteilen wir sollten zusammenbleiben bleiben wir auch also so äh habt ihr bemerkt dass dort oder die Linie ist hm ich glaube das heißt schiebt mich genau ich hab dich geschoben so ach nein jetzt geht oh ne oh okay du du ja kann mich mal ja ja und ja ich glaube ich bin hier hier den Porto meine Stimme geht es gar nicht gut wirklich nicht so hey ich wollte dich töten boah böses Viecher ja wohl schissen t ich bin eben fu so und du machst die andere Hälfte genau boom um montiert und du hast dich genau musst du na ja präckern der will ich zerstören hoher Schöner egal also manche ja geäuß schluss wohl ja pfff nur verfassen wir sind einfach nur der herr nicht noch ein wenig weiter obwohl diese undauernde kämpfen mehr von sie hätte die Träger die hol ich dann eben nächsten Tag aber leider nicht dieses Wochen erhält mich diese Woche geben am verheiratzen am Sonntag bin ich dann ja wieder im Internat und dann heiße wieder zwei Wochen ein die Heidelberg zumal ist traurig aber war macht gut so und bis nächsten Sonntag Freitag was er immer Boyard Kürzburg so Röcki und Volksfisch nicht schnupft ist okay Eure Kürzburgs Blatt